Was wärs passiert? Ja, nicht genau! Er zieht sich ne Kanone! LOL In der Sekunde wurde mal Luna wirklich von der Google getroffen. Ich? Ich wurde nicht getroffen. Doch, oder? Ich bin WLAN-Gamer. Ja, ja. Kann mir du nicht nehmen. Herein! Ich bin zu rot! Wer hat denn da drei rote? Nicht ich! Ich hab's maßischwert berührt! Das ist maßischwert! Ist okay, ist okay! Nein! Wie kann es sein? Verdammte Scheide! Wer ist gestorben? Well, ähm, ja. Oh, Cargo! Jungs, ich hab' den Blauen geworfen! Du hast den Blauen geworfen, oder nicht? Nee! Achso, okay! Major Monoquem! Ach, bitte nicht! Ja, 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 ja! Ich will jetzt hier einfach aufmachen! Nein, nein, nein! Karl, der Komplize! So geil! Es ist gut, dass sie nicht weiß, wo es uns geht! Alter, Leute, ich hab' meinen ganzen Tisch kaputt gemacht! Ey, wir haben das erste Mal nicht heißer als Krieger! Wir hatten grad gewonnen! Das Ding ist, es ist nicht mal das, weil mich dieser, ähm, dieser, dieser Schaden behindert beim Zocken, sondern einfach dieser Gedanke, dass ich weiß, dass weil mein neuen Setup direkt was kaputt ist, das fuckt mich grad ultra ab! Und das ist jetzt nicht clean! Man sieht's zwar auch gar nicht wegen Mausbildn und so, aber trotzdem... Weißt du, ich mein', das triggert mich jetzt so irgendwie! Und es ist weird, wenn man weiß, dass es ist, das fuckt mich ab! Aber egal, ist meine Schuld! Das ist halt immer der Klassiker bei den Controllern, deswegen hasse ich Controller, weil ich jedes Mal wie ein Hammer die benutze! Aber die, die, die Pause nehmen jetzt, um meinen Dyson kurz, äh, auszupacken!